Mein Telefon! Was macht Gabby im Krankenschwester-Outfit? Aber natürlich! Oh, meine Brust! Ich verglühe! Ich werde definitiv sterben! Der nächste Teil wird wehtun! Ah! Schön! Meine Kehle schnürt sich zu! Hilfe! Hallo? Ich brauche einen Arzt! Es funktioniert! Du bist krank, was? Die Sache läuft aus dem Ruder! Es ist die Gefangene, nicht ich! Wir fühlen uns nicht heiß, oder? Hi! Ich bring das Herz wieder in Schwung! Schnell! Nimm dir das alles! Ich habe meine Lieblingssachen mitgebracht! Danke! Jetzt siehst du wieder gut aus! Das muss ein kleiner Aussetzer gewesen sein! Du hast mich heiß gemacht! Du bist die Beste! Bis nächste Woche! Klingt ziemlich übel! Äh, nein! Ich fühle mich sehr gut! Ganz wie du willst! Ich heiße dich, wie du willst! Tschüss! Ich war wirklich gut! Du bist die Beste! Und du bist hier! Ich bin ja voll und schiet! Ich bin ja auch immer! Ich bin ja voll! Es ist ein kleiner Aussetzer! Und du bist die Beste! Ich bin sowas von gelangweilt. Blöder Zahnstocher. Hallo, Bonnie. Beobachtet uns gerade überhaupt jemand? Hey, Lilly. Was? Willst du auch hier raus? Ähm, ja. Bin sowas von dabei. Brian, warte. Was? Meine Zahnbürste. Super. Warte mal. Ich kann nicht ohne die leben. Ist das mein Gesicht? Ich kann nicht fliehen, wenn ich dabei so aussehe. Was war das? Ich seh euch. Ist das eine Nacktmull? Schau mal, was von Lippenstift gehört. Jetzt fühl ich mich wirklich eklig. Ich kann nicht so gehen, okay? Ich brauch Lippenstift. Siehst du? Oh, ich kann das nicht glauben. Nicht fair. Diese Wache hat Lippenstift. Warte. Hat sie mir den rüber geholt? Wer traust du der Sache? Sieht ziemlich echt aus. Ich will es nicht riskieren. Zuerst mach Heißkleber auf die Säge. Dann kleb die Lippenstifte dran. Immer weiter. Jetzt können wir los. Alle für mich? Die Farben sind auch schön. Auf Wiedersehen, langweilige Lippen. Und hallo, pinke Schnute. Okay, okay. Können wir jetzt los? Ja, let's do this. Entschuldigung, Mister. Mister? Gull. Äh, was? Wer bist du? FBI. Schon mal gehört? Wow. Willkommen in 10 Block C. Ich brauche nur 10 Minuten. Guter Junge. Das hat geklappt. Bella. Hier drüben. Bella. Was? Ich bin's. Gabby. Bist du es wirklich? Was hast du mir mitgebracht? Das ist deine liebste Lidschattenpalette. Halte sie einfach in deiner Nähe, okay? Ganz nah. Du rocks. Ich meine, danke. Ich bin ziemlich gut in diesem Geheimagentenkram. Oh, danke. Gute Arbeit. Sie ist wirklich gut. Ich hab das so sehr vermisst. Niemand schaut her, oder? Soll das Essen sein? Ich brauche richtiges Essen. Diese Nachtschichten werden nie einfacher. Noch die halbe Schicht vor mir. Das verschafft mir etwas Zeit zum Schlafen. Die Operation Snack-Attacke ist in vollem Gange. Diese Insassen bekommen heute Abend Essen. hoffentlich mögen sie Schokolade. Blinkt wie eine Katze. Die Wache schläft fest. Schlechter Traum, was? Vorsichtig. Das war knapp. Bein Nummer zwei. Mann, Abbruch. Abbruch. Wo kann ich mich verstecken? Ich schaffe das. Ziemlich geräumig sogar. Was ist hier los? Ich glaube, ich hab was gehört. Nur eine Maus. Zurück ins Schlummerland. Ich bin drin. Wie lang ist das schon hier? Ich hab das andere Ende erreicht. Spinnennetz. Hier könnte wirklich mal geputzt werden. Wer ist da? Ich bin's. Komm schon. Gabby? Entschuldige bitte. Ich komme mit Geschenken. Alles für mich. Lass uns schlemmen, oder? Ich habe Süßes so sehr vermisst. Jetzt musst du das nicht mehr. Ich weiß, oder? Ich muss los. Ich bin zu Besuch hier. Moment mal. Was ist in diesem Ding? Das sind ganz schön scharfe Beißer. Geh einfach. Ich will das Vieh hier nicht in meiner Nähe haben. Hey Mädchen. Hast du Hunger? Lass dich nicht von diesem grimmigen Gesicht täuschen. Siehst du? Oh, braver Junge Fido. So laut. Oh nein. Man wird mich erwischen. Ich muss die Beine zurücklassen. Kommt sie? Dieses Make-up ist echt schön. Und sieht so aus, als ob es im Angebot ist. Heute ist mein Glückstag. Wahnsinn. Hä? Was ist das denn? Ein Päckchen? Ich habe aber gar nichts bestellt. Es ist für Luna, hä? Das werden wir noch sehen. Ist hier etwa Essen drin? Hey. Mein Päckchen. Na gut. Hier hast du es. Das nenne ich meine pünktliche Lieferung. Ist das nicht alles so schön? Das hier mag ich am liebsten. Wollt ihr sehen, warum? Mh. Süße, schokoladige Kästlichkeit. Was ist da drin los? So lecker. Wie hungrig ist dieses Mädchen bitte? Ekelhaft. Mein kleines köstliches Geheimnis. Doch. Das geht es. Bis zum nächsten Mal.